Hallo, in diesem Video möchte ich ein Problem zeigen oder eine Herausforderung zeigen. Und zwar mit Photoshop in der neueren Version ist die hinzugekommen, dass man hier so tolle Formen zeichnen kann. Naja, diese Funktion ist nicht wirklich hinzugekommen, aber diese Live-Form-Eigenschaften ist glaube ich mit Photoshop CC hinzugekommen. Hier kann man dann verschiedene Einstellungen direkt zu dieser Form, die man aufgezogen hat, vornehmen. Das ist zwar alles recht und schön, man kann hier Kanten abrunden und so weiter, das funktioniert wunderbar. Aber, sobald man diese Ebene verlässt, zum Beispiel durch Klick auf eine andere Ebene und wieder zurückgeht auf diese Form, kann man diese Einstellungen nicht mehr ändern. Sprich, ich möchte jetzt zum Beispiel diesen Radius ändern oder sonst irgendetwas marken. Tja, kleiner Tipp, erst einmal, wenn hier dieses Eigenschaftenfenster nicht zur Verfügung steht, findet ihr hier unter Fenster, Eigenschaften, dann kommt das hier. Gut, ich möchte jetzt aber diese Form hier, ja, Radius ändern, die Dicke zum Beispiel meines Rechteckes ändern und so weiter. Hier kommt die Lösung, hier gibt es das Pfadauswahlwerkzeug, Tastenkombination A oder Tastengürzel A und wenn man das hier auswählt und wieder auf die Form draufklickt, dann erscheint hier wieder diese Live-Form-Eigenschaft. Man kann hier dann wieder alle Parameter ändern, die man möchte. Man kann hier den Radius wieder ändern und so weiter und so fort. Gut, verlässt man diese Ebene jetzt da, geht hier wieder zum Beispiel auf die Hintergrund-Ebene, kommt dann zurück auf diese Pfadebene, geht hier auf das Direktauswahlwerkzeug und siehe da, das Live-Form-Werkzeug ist nicht mehr vorhanden, weil wir an diesem Pfad hier, diese Live-Form eigentlich schon bearbeitet haben. Das heißt, ich erstelle mir eine neue Ebene, ziehe hier zum Beispiel mein Rechteck wieder auf, habe hier die Eigenschaften, mache hier mal klein und grün, wunderbar. Mache ich es etwas größer oder ja, kann hier die Ecken abrunden, verlasse die Ebene, komme wieder zurück, gehe hier auf dieses Pfadauswahlwerkzeug, klicke die wieder an und komme wieder zu den Live-Form-Eigenschaften. Achtung, habe ich hier eine Form, so wie diese hier, die eigentlich schon aus verschiedensten Pfaden hier besteht, habe ich dieses Live-Form-Werkzeug nicht mehr zur Verfügung. In diesem Sinne, bleibt kreativ, bis zum nächsten Mal, euer Maxl, ciao!